Moin Leute und willkommen zurück zur Kryptografie. So, heute geht's um den AES, den Advanced Encryption Standard. Advanced deshalb, weil er eigentlich besser ist als der DES, der Data Encryption Standard, denn der hat nur einen sehr, sehr kurzen Schlüssel. Der AES, der kommt klar mit 128-Bit-Schlüssel, 192- und 256-Bit-Schlüssel. Und die Dinger zu Bruteforcen, da hat man keinen Spaß dabei, das dauert wirklich ein Leben lang. Und das meine ich wörtlich. Und wir wollen uns heute angucken, wie das ganze Ding funktioniert. Aber davor möchte ich euch noch kurz erzählen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Der AES war nämlich nicht irgendwie so, ja, hier ist eine Verschlüsselung und prüft mal, ob das gut ist. Sondern das war ein Wettbewerb sozusagen. Oder nicht sozusagen, es war ein Wettbewerb. Und es gab, glaube ich, keine Ahnung, 19 Einreichungen oder sowas. Aber am Ende waren fünf Finalisten da. Und die Schemata, die die vorgestellt hatten, also die Encryption-Dinger, die konnten alle nicht gebrochen werden. Die waren alle, ja, sicher sozusagen. Also niemand hat es irgendwie hingekriegt, da einen Angriff drauf zu finden. Und der Gewinner wurde dann auf Effizienz und Performance ausgewertet. Und der hat dann eben gewonnen. Und das ist unser heutiger AES. Es gibt allerdings noch ein paar andere AES. Deswegen werdet ihr manchmal sowas wie Blowfish, gibt es, glaube ich, noch. Und irgendeinen anderen Fisch gibt es auch noch. Ähm, die Dinger werdet ihr wahrscheinlich auch noch irgendwo mal sehen. Zum Beispiel TrueCrypt kann man sie, glaube ich, auswählen. Aber die sind, wie gesagt, dann eben nicht so effizient oder performant oder sowas. Und, ähm, ja, unser heutiger Gast ist AES, der normale AES. Und wir wollen uns angucken, wie das ganze Ding funktioniert. Also, der AES ist mehr so ein Algorithmus. Nicht so wie, ja, so schön grafisch wie der DES. Den kann ich euch leider nicht so schön aufmalen. Es gibt allerdings, ähm, auch hier alles veröffentlicht. Also, wenn ihr alles genau wissen wollt, wie die S-Boxen zum Beispiel aufgebaut sind, dann würde ich euch raten, einfach mal nachzugucken in der Spezifikation und dort mal nachzulesen. Denn, wie gesagt, alles offen. Und das ist auch ein sehr guter Punkt. Denn, ja, wenn alles offen ist und niemand findet trotzdem einen Angriff, dann ist das Ding schon relativ sicher, würde ich sagen. Gut. Also, fangen wir an. Wir haben mehrere Schritte in diesem Fall. Und ich würde euch trotzdem dieses ganze Ding so grafisch darstellen. Also, das erste, was wir haben, ist ein 128-Bit. Ich mache jetzt diese 128-Bit hier. Ähm, 128-Bit. Wie gesagt, es gibt auch 256 und 196, aber mit dem ist es leichter. 128-Bit Sub-Key von meinem 256-Bit Master-Key. Äh, Quatsch. Mein Master-Key hat teilweise auch 128-Bit, teilweise hat er mehr, je nachdem, welches AES ihr benutzt. Aber der Sub-Key, der hat immer 128-Bit. So, ähm, das ist quasi jetzt diese, ja, die Funktion, die wir uns angucken wollen. Und der Sub-Key ist immer gleich groß. Es gibt auch ein festes Schema, wie der aus dem, aus dem anderen, aus dem Master-Key abgeleitet wird. Und so weiter und so fort. Aber das ist, glaube ich, nicht so wirklich relevant. Wir picken einfach ein paar Bits und das ist dann unser Sub-Key. Also, da gibt es keine Mathematik dahinter. Gut. Ähm, als erstes wollen wir diesen Sub-Key hier mit unserer Nachricht, ähm, zusammenwurschten. Und bei AES wird so alles als Matrix, beziehungsweise wieder als Tabelle dargestellt. Deswegen mache ich das jetzt hier eigentlich auch einfach mal. Und wir wollen uns das Ganze angucken. Wir haben nämlich eine 4x4-Tabelle. Ähm, 4x4 könnt ihr euch vielleicht denken, na, jetzt, ist 16. 16 ist was? Naja, 16 ist die Anzahl an Byte, also nicht Bit. 8 Bit sind 1 Byte. Und das bedeutet, 16 Byte geben 128 Bit. Das heißt, wir teilen hier jetzt einfach tatsächlich in Byte auf. Ähm, so. Und, ähm, haben am Ende hier 16 Byte als Tabelle stehen. Und mit diesen 16 Byte als Tabelle kann ich was anfangen. So. Und ja, in der ersten Runde wird hier der Schlüssel drauf xort. Also hier steht jetzt meine Nachricht drin. Ganz normal, wie ich das immer hatte. Ähm, nur halt als Byte, nicht mehr als Bit. Also immer 8 Bit in jedem Block hier drin. Da sind 8 Bit drin, da, da und so weiter und so fort. Und jetzt xort ich meinen Schlüssel hier drauf. Ganz normal, wie wir es schon immer machen. Also wenn da vorher jetzt zum Beispiel die Nachricht M drin steht, steht am Ende nur noch nicht mehr identifizierbare Zufallszahlen drin. Denn, wie gesagt, wenn man irgendwas xort, was perfekt zufällig ist oder zumindest so aussieht, als wäre es perfekt zufällig, dann kommt am Ende auch was raus, das so aussieht wie perfekter Zufall. Okay, das heißt, hier steht in unserer Matrix nachher, da steht am Anfang die Nachricht drin. Danach steht hier nur noch Kauderwelsch drin. Und wir sind aber noch nicht glücklich. Das wäre das One-Time-Pad. Aber das One-Time-Pad ist uns nicht genug, wie wir wissen. Denn aus dem One-Time-Pad kann man noch lange nicht mehrere Nachrichten rauslesen oder verschlüsseln. Wie gesagt, mit dem One-Time-Pad, One-Time, wir dürfen nur einmal. Und mit dem AES wollen wir natürlich mehrere 128-Bit-Blöcke schiffrieren. Ohne jedes Mal einen neuen Key zu brauchen. Okay, was wir also machen, ist folgendes. Der nächste Schritt nennt sich Sub-Bytes-Step. S-U-B-Bytes-Step genannt. Also quasi als Algorithmus. Der ersetzt, ihr erinnert euch an den DES, der ersetzt jede 8-Bit, die wir hier in dieser Matrix drin haben, über solche S-Boxen hier, über diese komischen S-Dinger, die wie gesagt auch fertig dargestellt sind, alles öffentlich ist, wird hier jedes einzelne von diesen Byte-Dingern, also diese 16 Kästchen hier ersetzt. Die werden natürlich auch wieder so designed, dass etwas Tolles passiert, nämlich jedes Mal, wenn ich hier ein 1-Bit ändere beim Input, ändern sich wieder mal 2-Bit beim Output. Kennt ihr ja alles schon. Gut, das ist der nächste Schritt. Der dritte Schritt ist folgendes, der nennt sich Shift-Rows. Und was hier passiert ist, wenn jetzt hier vorher, ich nehme jetzt einfach mal Textboxen, wenn jetzt hier vorher A11 drin stand, dann steht nachher, Sekunde, lasst mich das kurz ausfüllen, ich pausiere euch währenddessen. So, mehr werden wir nicht brauchen. Wenn jetzt hier vorher diese A11 drin stand, also das ist jeweils ein Byte hier drin, dann passiert bei dem Shift-Rows-Step folgendes, also hier geht es natürlich noch weiter mit A13, A14 und bis hier runter halt mit A44, ganz normal. Und was wir jetzt machen, ist, wir schieben diese einzelnen Blöcke. In der ersten Reihe schieben wir die gar nicht, aber in der zweiten fangen wir dann an zu schieben, und zwar nach links. Das heißt, wir nehmen das hier, schieben es hier raus und links wieder rein. Das, was hier stand, schieben wir hier rein. Und hier schieben wir es um zwei nach links, das heißt, das kommt am Ende hier her und das kommt hier rüber. Und mit den anderen, die ich jetzt nicht ausgefüllt habe, geht es genauso. Und die hier schieben wir so weit nach links, dass wir sie im Prinzip eins nach rechts verschieben, also am Ende steht das hier, hier rechts, das zweier und das steht hier. So, und jetzt erkennt ihr da wahrscheinlich schon ein Muster drin, deswegen habe ich jetzt auch ein paar rausgelassen, damit man das schön erkennen kann. Okay, also wir schieben quasi die erste Zeile gar nicht, die zweite Zeile jedes Byte eins nach links in dieser Tabelle hier. Jedes Byte in der dritten schieben wir um zwei nach links und jedes Byte in der vierten schieben wir um drei nach links beziehungsweise um eins nach rechts, das kommt dann auf selbe raus. So, und dann machen wir folgendes, dann nehmen wir uns hier, also das ist jetzt der dritte Schritt, der nennt sich Mixed Columns, da nehmen wir irgendeine Permutation, so nennt sich das, irgendein Durcheinandergewurstel, wie wir es beim DES auch hatten, zum Beispiel sowas hier, die ist auch alles festgeschrieben, in dem Standard könnt ihr gerne genauer nachlesen, wenn es euch interessiert. Und ja, dabei kriegen wir dann sowas hier, wo irgendwie diese Dinger verschoben werden, genau weiß ich das selber nicht, ich habe es nicht nachgelesen, muss euch aber eigentlich auch nicht interessieren. Zum Beispiel schieben wir die alle jetzt so. Okay, und am Ende haben wir irgendwelche Kuddelmuddeldinger da, die eigentlich nichts mehr wirklich mit unserer Nachricht vorher zu tun hatten. So, und das ist eine Runde gewesen von dem ganzen Ding. Und ihr erinnert euch, bei DES waren es 16 Runden, bei AES sind es 10 Runden, wenn ihr den kleinen Key habt, beziehungsweise 14 Runden, wenn ihr den 256-Bit-Key habt. Das heißt, das Ganze wird hier 14 Mal ausgeführt. Also danach ist absolut nichts mehr so, wie es mal war. Sowieso nicht. Und was wir dann noch machen ist, am Ende benutzen wir das, was wir im ersten Schritt gemacht haben, nochmal. Sprich, wir ziehen uns einen neuen 128-Bit-Schlüssel und XOR'n den hier überall drauf. Das haben wir vorletztes Mal gesehen, bei dem DES X. Da wird am Ende auch nochmal ein Schlüssel drauf, XOR'n, auf das, was am Ende rauskommt. Das wird bei AES dann auch am Ende einfach gemacht. Also einfach nochmal einen neuen Schlüssel ziehen, als würdet ihr eine neue Runde anfangen, in der letzten Runde, oder nach der letzten Runde, um genau zu sein. Und dann einfach nochmal drauf XOR'n und dann seid ihr fertig. Ja, und das ist jetzt tatsächlich mal eine sichere Chiffre, immer noch, denn Bruteforcen kann man es nicht und Angriffe kennt man auch nicht, es sei denn natürlich sowas wie Passwort-Klauen oder halt Key-Klauen oder sowas. Es gibt ein paar kryptoanalytische Angriffe, aber die sind alle nicht praktikabel, weil sie unglaublich viel Speicher brauchen zum Beispiel oder auch nicht wirklich schneller sind. Genau. Deswegen ist AES heute immer noch ziemlich weit verbreitet und wenn ihr was verschlüsseln wollt, symmetrisch verschlüsseln wollt, dann solltet ihr das auch ganz dringend tun. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Wahrscheinlich geht es dann los mit der asymmetrischen Kryptografie. Ein neues Thema und ja, ich hoffe ihr freut euch drauf. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao.